Herzlich willkommen. In diesem Tutorial geht es um die Gefährdungsbeurteilung. Jetzt geht es wohl richtig ins Eingemachte, oder Katrin? Ja, in der Tat. Jetzt geht es um einen ganz konkreten Inhalt. In diesem Tutorial möchten wir Ihnen vorstellen, an welchen Stellen das Thema Gefährdungsbeurteilung aufgegriffen wird und in welchem Kontext es an dieser Stelle steht. Wir möchten Ihnen auch erläutern, wie Sie die Angemessenheit der Gefährdungsbeurteilung bewerten können. Für diejenigen, die sich über die Leitmerkmalmethoden informieren möchten, bieten wir in diesem Tutorial die Gelegenheit dazu. Wir hoffen, dass Sie dadurch einen guten Überblick über den Aspekt der Gefährdungsbeurteilung in unserem Erhebungsbogen bekommen. Im Zentrum der Betriebsbesichtigung steht die Frage nach der Qualität der Gefährdungsbeurteilung und deren Umsetzung vor Ort. Sowohl bei der Erhebung der Basisdaten als auch der Fachdaten werden daher Fragen zur Gefährdungsbeurteilung gestellt. Wir beginnen mit der Basisdatenerhebung. Mit Hilfe des Basisdatenbogens werden zunächst die allgemeinen Betriebsdaten erfasst. Weiterhin wird festgestellt, ob es eine betriebliche Gesundheitsförderung gibt und wie diese aussieht. Der betriebliche Arbeitsschutz wird dann im Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung und Übertragung sowie die Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes bewertet. Die Gefährdungsbeurteilung wird in allgemeiner Form geprüft. Das alles mündet in einer Gesamteinschätzung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation. Was ist unter der allgemeinen Bewertung der Gefährdungsbeurteilung zu verstehen? Im Wesentlichen wird hier die Dokumentationslage geprüft. Dabei soll darauf geachtet werden, ob folgende Prozessschritte berücksichtigt wurden. Das Festlegen der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten, die Ermittlung der branchentypischen Gefährdungen, die Beurteilung der ermittelten Gefährdungen, das Festlegen der Schutzmaßnahmen und die Durchführung der Maßnahmen sowie zum Schluss die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen. Diese Prozessschritte folgen dem Prinzip des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Weitere wichtige Kriterien sind die Aktualität der Gefährdungsbeurteilung und die Beteiligung der relevanten Personen, beispielsweise des Arbeitgebers, der Farsi, des Betriebsarztes und auch der betroffenen Beschäftigten. Die Betreuungsform und die Betriebsgröße sind bei der Bewirtung zu berücksichtigen. Weiterhin relevant ist die Festlegung von Verantwortungen und Fristen, sofern Maßnahmen erfolgen müssen. Festlegungen zur Fortschreibung sollten zudem ersichtlich sein. Da diese Überprüfung auf der Aktenlage basiert, ist es wichtig, dass sich entsprechende Aspekte während der anschließenden Besichtigung, die sich schwerpunktmäßig mit den physischen Belastungen befasst, bestätigen. In der Gefährdungsbeurteilung sollten alle branchentypischen Belastungen auf jeden Fall erfasst sein. Das heißt konkret, dass nicht beliebige Checklisten als Grundlage einer betrieblichen Gefährdungsbeurteilung dienen sollten. Wir möchten auch auf das in der Leitlinie geforderte Mindestmaß an Dokumentation verweisen. Das sind die Beurteilungen der konkreten Gefährdungen, die Festlegung der Maßnahmen mit Terminen und die Festlegung der Verantwortlichkeiten sowie die Erledigungen und der Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Aktualisierung. Nach dieser üblichen Erhebung der Gefährdungsbeurteilung kommen wir nun zur Gefährdungsbeurteilung mit dem Schwerpunkt physischer Belastungen. Zu den physischen Belastungen gehören verschiedene Belastungsarten, die Sie hier aufgelistet sehen. Wir empfehlen Ihnen, sich mithilfe der DGUV-Information 208 033 mit dem Thema Vertraut zu machen. Dort werden insbesondere die Belastungen definiert und drei Ebenen der Beurteilungsmethodik erläutert. Wir möchten Ihnen zwei methodische Ansätze zur Bewertung empfehlen. Die Erfassung von Belastungssituationen nach Anhang 1 der DGUV-Information 208 033 und die Leitmerkmalmethoden zur orientierenden Bewertung von drei Belastungsarten, dem Heben und Tragen, dem Schieben und Ziehen und den manuellen Arbeitsprozessen. Im Rahmen des GDA-Arbeitsprogramms MSE erfolgen auch Forschungsarbeiten. Im Rahmen des Forschungsprogramms MEGAFÜS werden von der BAUA und der DGUV neue Bewertungsmethoden entwickelt, die aber voraussichtlich erst mit Ende des GDA-Arbeitsprogramms MSE zur Verfügung stehen werden. Wir möchten Ihnen hier am Beispiel Heben und Tragen kurzverständlich machen, wie eine Leitmerkmalmethode funktioniert. Es sind sogenannte Leitmerkmale für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen festgelegt. In diesem Fall sind dies das Lastgewicht, die Zeitdauer bzw. Häufigkeit, die Körperhaltung und die Ausführungsbedingungen. Je nach Dauer oder Anzahl der Trage- bzw. Hebe- oder Umsetzvorgänge sowie dem Gewicht der Last, der eingenommenen Körperhaltung und der Randbedingungen erfolgt jeweils eine Wichtung in Form von Zahlenwerten. Diese bestimmen anhand einer Formel einen Punkt wird, von dessen Höhe die notwendigen Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Psychische Belastungen, die Auswirkungen auf Muskel-, Skelett- und insbesondere Rückenerkrankungen haben können, sollten in die Gefährdungsbeurteilung einfließen. In der Bewertung der Gefährdungsbeurteilung spielen sie in dieser Erhebung eine eher untergeordnete Rolle. Wir kommen zu den Beurteilungskriterien für die Bewertung der Gefährdungsbeurteilung. Bezogen auf die Gefährdungsbeurteilung physischer Belastungen bedeutet ein Angemessen, dass diese in der Gefährdungsbeurteilung im Wesentlichen berücksichtigt wurden. Kleine Mängel führen noch nicht zu einer schlechteren Bewertung. Wichtig ist, dass die Tätigkeiten zutreffend bewertet und dass die richtigen Maßnahmen daraus abgeleitet und umgesetzt wurden. Dann sollte sich ein klarer kontinuierlicher Verbesserungsprozess nachvollziehen lassen, der durch Wirksamkeitskontrollen erkennbar ist. Die Gefährdungsbeurteilung physischer Belastungen sollte als nicht angemessen bewertet werden, wenn einer oder mehrere der in dieser Liste dargestellten Sachverhalte von ihnen als zutreffend erkannt wurde. Die Bewertung rot erfolgt, wenn die mit den Tätigkeiten verbundenen und eindeutig vorhandenen physischen Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung nicht betrachtet wurden. An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass die in der Besprechung behandelten Punkte einen Eindruck zur Qualität der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich allgemeiner Aspekte und fachspezifischer Aspekte vermitteln sollen. Die anschließende Besichtigung soll Aufschluss zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung physischer Belastungen geben und hat daher einen Stichprobencharakter. Die Bewertungen der Gefährdungsbeurteilung in der Basisdaten- und in der Fachdatenerhebung dürfen sich jedoch nicht widersprechen. Wenn sie in der Fachdatenerhebung zum Beispiel nicht angemessen lautet, kann es in der Basisdatenerhebung nicht angemessen heißen. Sollte sich bei der Besichtigung herausstellen, dass die Gefährdungsbeurteilung physischer Belastungen vollständig und qualitativ gut durchgeführt wurde, die Gefährdungsbeurteilung aber Mängel hinsichtlich anderer Belastungen zeigt, muss sich das wiederum in der Bewertung der Basisdatenerhebung widerspiegeln. Mit diesen Informationen sollten Sie gut vorbereitet auf die Betriebe zugehen können. Katrin, was ist für dich die Quintessenz? Das Thema Gefährdungsbeurteilung taucht in der Tat an mehreren Stellen auf. Dahinter steckt ein Konzept. Zunächst bewerten Sie bitte die grundsätzliche Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im Basisdatenbogen. Als nächstes geht es darum, die MSE-spezifischen Fragestellungen der Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und im Anschluss, nach der Betriebsbesichtigung bewerten Sie bitte die Gefährdungsbeurteilung im Ganzen. Im Grunde also genauso, wie Sie auch sonst vorgehen. Die Gefährdungsbeurteilung wird also nicht neu erfunden? Nein, den Eindruck habe ich nicht gewonnen, obwohl die Unterteilung auf mehrere Frageteile schon ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Auch der Begriff der Angemessenheit ist ein wenig sperrig, aber letztlich doch nachvollziehbar. Damit verabschieden wir uns aus diesem Tutorial. Bitte schauen Sie sich auch die weiteren Tutorials an.